Michaela, hallo. Sie sehen fantastisch aus. Ja, danke schön. Genau, 20 Jahre Dschungelcamp, da darf man sich ja nicht lumpen lassen. Da kommt man natürlich dem Dschungel gebührend. Wie viel trainieren Sie denn? Der Sixpack ist operiert. Den habe ich gar nicht trainiert. Aber ich treibe trotzdem Sport. Zweimal die Woche, je eine Stunde. Aber ich bin ehrlich, der ist nicht echt. Da habe ich ein bisschen nachgeholfen. Aber wundert einen ja auch nicht bei mir, dass ich das sage. Stehen denn noch weitere Dinge an, die Sie verhindern wollen? Also im Moment bin ich echt total happy. Also ich habe überlegt, dass ich meine Gesichtspartie ein bisschen noch verbessern lasse. Ein bisschen slavischer, die Wagenpartie. Aber sonst, ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf OP's. Also nicht mehr mit Vollnarkose. Ich habe so einen Respekt mittlerweile. Man liest ja immer mehr, dass auch was schief geht. Dass sogar Leute sterben. Und dafür hänge ich zu sehr am Leben. Nein, nicht dafür.